... und den ins Tor abwerfen. So, kommt gleich zurück. Stopp. Stopp. Verkasten und dann die Spieleröffnung auch noch per Abwurf oder da ist euer Vielfalt im Moment mal Tür und Tor geöffnet. Du gehst hierher und Ball schlagen, weil du dir länger Zeit nimmst, aber auch da bewusst trainiert.